Habt ihr uns vermisst? In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, kommt es endlich zur Rückkehr von Philipp, Jörn Schlünvogt, und Jessica, Nina Enzmann. Die letzten Monate hat das Paar in Würzburg verbracht, wo Jessica nach der Auseinandersetzung mit Inka Albrecht, Anne Ratzfeld, ihre Ausbildung zur Pflegekraft fortsetzen durfte. Das Paar kommt mit großen Neuigkeiten nach Berlin zurück. GZSZ Philipp und Jessica wollen nach London ziehen. Wie wir euch bereits berichtet haben, wollen Philipp und Jessica nach England auswandern. In London will sie das Studium der Pflegewissenschaften aufnehmen. Doch es gibt einen Haken. Sie muss einen Englisch-Test bestehen. Vorsorglich hat sie bereits in Würzburg Kurse absolviert. Jessica ist dennoch nervös. Die Pflegeausbildung ist schon in Deutschland so heftig, und das alles jetzt auch noch auf Englisch? Toni, Olivia Marei, und Luis, Marc Weinmann, sind allerdings fest davon überzeugt, dass sie den Test mit Bravour bestanden hat. GZSZ Philipp wechselt in den Vorstand seiner Klinikkette. Er kann weiter als Arzt praktizieren und weiter forschen, weiß Jessica. Und es soll schon bald losgehen. In zwei Wochen ist unser Apartment fertig, stellt er freudig fest. Dann haben wir unsere eigene Wohnung, ein Träumchen. Doch Jessica hat ihm etwas zu sagen. Aus meinem Studium wird nichts. Ich bin durch den Test gefallen. GZSZ-Vorschau Jessica will unabhängig bleiben. Philipp hat eine Lösung. Er will erst mal für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Aber Jessica fühlt sich dadurch wieder wie eine Trophy-Wife. Außerdem könnte sie in Deutschland in zwei Jahren mit der Ausbildung fertig sein.